Ich verdanke einige der schönsten Momente in meinem Leben, wilden Tieren. Herzlich Willkommen zur Living Planet Tour. Mein Name ist Dirk Steffens und ich möchte, dass Sie die Welt trennen. Sehr viele von den Arten sind inzwischen vom Aussterben bedroht. Wir verändern die Welt durch unser Verhalten. Wir verbrauchen die Ressourcen von 1,5 Planeten Erde. Das ist zu viel. Sie alle können dabei helfen. Sie können die Welt retten, jeden Tag. Das mit dem Weltretten funktioniert tatsächlich.